Heute in diesem Video Ich laufe hier mal ein bisschen weg Moin an und herz, willkommen im Video, hier ist mein Actioncam Und ich will ein Experiment machen und zwar Ich kann ja WLAN und da will ich mal gucken Hier im Freien, wie weit reicht die WLAN Äh, Reichweite Also vom Funkding her Wie lang es reicht, dass ich noch empfangen kann Ich laufe hier mal ein bisschen weg Na gucken wir mal, ich habe halt immer im Auto ein Auge Nicht, dass da irgendwie jemand herkommt und die Äschchen klauen will Wir haben eine Scheiße Alle zu Händen bin ich jetzt Und wir gucken mal Ob wir sie noch empfangen könnten Tatsächlich noch voller Empfang Wir laufen nochmal hier weg So Und Wie sieht es aus Noch immer voller Empfang Okay, das ist mir zu heikel Ähm, ich mach so Ich tu die interen Platzchen, aber schon relativ hoch Weil es mir zu heikel, wenn ich hier weglaufe Und ich sehe den Limmel Darum ich vorhanden kommt Wäre ja scheiße, ne? Von daher tu ich sie im Auto an einem hohen Blatt platzieren Und dann mal gucken, wie hoch die Reichweite ist So, das sehen wir gleich wieder So, ich habe sie jetzt hier platziert Da drin Genau, weil hier kann auf jeden Fall Keine klauen, wenn es irgendwie Ne? Wenn ihr weglauft vom Auto Sicher, sicher Da muss man immer damit rechnen Dass jemand klaut Nicht Nehmt mit der Einstellung hin Ah, wer das kann ja klauen, wird schon nichts passieren Man muss immer mit dem Schlimmsten rechnen Ist wirklich so Gut, also Wir bleiben mal hier stehen Und gucken mal So weit bin ich entfernt Vom Auto Und Ja Da ist dann die Gucken mal, ob wir noch empfangen können So Nach vollem Empfang Fast voll Schon krass, oder? Hier verbinden wir uns mal Warte mal So Jetzt sind wir drin Also Wir sind Auto Fast nicht mehr Aber Wir haben fast voll Empfang Schon krass, oder? Wir laufen mal wieder zurück Jetzt wird es schon schwächer So Also Auto Sehen wir ran immer Und Empfang Haben wir Haben wir noch Empfang? Ja Einbiken Mal gucken, ob wir uns Verbinden können Oder ob es schon Zu schwach ist Geht gerade so Und jetzt kann man nämlich Passt mal auf Jetzt kann man nämlich hierher gehen Und obwohl wir hier weg Weg sind Können wir quasi In die Kamera reingucken Was ich gerade filmt Hier Gerade live Und hier Na Warum macht das nicht? Ich möchte mal jetzt ein Live-Bild sehen Okay, nochmal zu machen Äh So Ich fange mich schon zu schlecht Okay, hier wird aber noch gehen Denke ich So Hä? Irgendwie Irgendwie Geht's nicht Okay, wir wollen Einmal Wieder vor Ein bisschen So Hier Hier müssen wir jetzt tun Ja Ja, guck mal Guck mal Hier Live-Kamera Da vorne quasi Was ihr gerade live seht Und hier Was wir jetzt sehen Da kommt gleich ein Auto Hehe Warte, wenn ihr von der rechten Auto kommt Dann wurde lustig Warte mal So Dort wird's noch Kommt ein klein Auto Und sehen wir schon In der Kamera Da kommt eins Oder hier Warte Da fährt eins Und den müssen wir dann auch gleich hier in der Kamera sehen Ops Da ist er Der Rode Hehehe Das ist ja lustig, oder? Da ist es Oder hier live Mal gucken Da kommt ein Auto Sehen wir schon Da hinten kommt er Oder? Ne, das war der Rode, glaube ich Mal gucken Doch, da kommt er rein, oder? Ja, da kommt er, guck Kamera und live Das ist ja schon Geil, oder? Live So Kameraansicht Ich will eigentlich warten, bis man rechts eine kommt Damit wir hier quasi live Sim Rumzufangen sehen Dann hier sehen Aber irgendwie Kommen alle von links gerade Ist schon ein bisschen blöd Wir warten So lange wird es ja nicht dauern Da wandern öfter mal welche rum Hier Hier Live Und Kamera Ach, das ist doch lustig, oder? Naja, gut Ich bin da mal witzig Wenn man hier schön Kamera sieht Oder warte mal, hier laufen wir zum Auto hin Und dann Müsst man ja Gleiches live Wie ich da filme Das sieht ein bisschen auch lustig aus So So Was liegen hier Also Die Straße live hier Und Kamera Was hat die? Huch, da stehen wir ja Da ist es da drin Und da Sehen wir uns Das ist lustig Gut Das war es eigentlich auch schon wieder Dann hier fürs Zugucken Verdrinkt mal Ciao Das war es eigentlich auch schon wieder